Bhu Namaskar Paschimottanasana ist die Vorwärtsbeuge in Ehrerbietung an Mutter Erde. Kindra bei Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier schiebe die Fersen nach vorne und die Zehen zu dir hin. Atme ein und hebe die Arme hoch, atme aus und beuge dich nach vorne. Gib dabei den Oberkörper so weit wie möglich nach vorne, wie du kannst. Gib die Arme so weit nach vorne, wie du kannst und gib die Handflächen auf den Boden. Sind die Handflächen auf dem Boden, dann ist das Bhu Namaskar, Ehrerbietung an Mutter Erde. Es ist gut, immer wieder Bhu Namaskar zu üben. Wenn du morgens aufwachst, gib erstmal die Handflächen auf die Erde. Verbinde dich mit Mutter Erde. Auch zwischendurch. Natürlich geht das besonders gut, wenn du keine Schuhe in deiner Wohnung hast. Du kannst es auch in der Natur machen, dich mit der Erde verbinden. Manche Menschen lieben Bhu Namaskar Paschimottanasana auch deshalb, weil du die Vorwärtsbeuge so längere Zeit entspannt halten kannst und so auf die subtileren Wirkungen von Paschimottanasana aufmerksam werden kannst. Bhu Namaskar Paschimottanasana für Fortgeschrittene, eine Form der Vorwärtsbeuge, die vollkommen entspannt geht.